So wir sind wieder da jetzt bei Minecraft. In der schönen alten 1.6.4 Version wo ich das Let's Play gemacht habe. Staffel 4, Staffel 5, 6, keine Ahnung. Ich habe es mal wieder ausgepackt und dachte mir, da machen wir mal wieder weiter. Habe ich gerade Lust drauf. Jetzt müssen wir mal gucken. Da habe ich ja ziemlich kacke gebaut in letzter Zeit hier. Da haben wir viel kaputt gemacht, viel kaputt. Weil ich euch ja alles zeigen wollte. Hier die ganzen Button und so. Entschuldigung. Ja, was soll mal jetzt hier machen. Monitor. Keine Ahnung, wir können mit dem ganzen Schrott hier. So. Ähm. Inventar ist natürlich zugemüllt. Das ist eh klar wie immer. Wer kennt das nicht, dass das Inventar immer zugemüllt ist. Das müsste ja schon können. Oder nicht können, sondern kennen. So. Wir werden gleich mal das ganze Inventar hier lernen. Ich glaube den ganzen Schotter hier brauche ich gar nicht mehr. Scheiß Buch da. Das, das, das. Das hier brauche ich nicht mehr. Energiezülle. Kann ich drauf verzichten? Ein Helm? So, wenn jetzt auf. Ah, die Terminal Glasses. Ich habe eine Satellitenschüssel auf dem Kopf. Ich habe Empfang. Hier das Büchlein. Das hier. Open Blocks braucht kein Schwein. Ihr weiß auch nicht, was die zwei sind. Das eine ist einlagern. Das ist mir klar. Und hier hat die ganze Werkzeuge. Inche Block. Gut. In der Folge wollte ich etwas bauen. Und zwar wollte ich mal Pattern. Nee. Pattern. Crafte mal 20 Stück. Das sieht man schon ein guter Anfang. Dann müssen wir irgendwo runter. Wo war das? Hier. Wir müssen hier ein paar Rezepte machen. Und zwar werden wir uns jetzt eine Enderquery bauen. So. Hier brauchen wir ein Sapling. Also hier oben haben wir EME-System. Ich denke normal. Nee. Nichts bloß. Awkward wollen wir haben. So. Awkward. Der Rest passt. Dann fangen wir mit denen an. Die passen auch. Dann haben wir die. Die hier. So. Das heißt, die haben wir soweit auch. Die Enderinfused Obsidian haben wir schon. Ender. Okay. Ich glaube, das habe ich sogar schon als Rezept. Aber egal. Magical Wood. Das ist jetzt natürlich die Frage. Das müssen wir selbst machen. Weil wir hier Enchanted Bücher brauchen. Und die müssen wir uns erst machen. Aber egal. Aber egal. Das ist nicht so schlimm. Solange wir das hier dann haben. Das hier sollte ja auch nicht zu schwer sein. Da gehört in der Mitte. Das haben wir schon. Was ist das. Das ist das. Block of Quarz. Einfach ein Block of Quarz in den Ofen. Das sollten wir auch hinbekommen. Das sollten wir auch hinbekommen. Ender Thermic Pump. Die haben wir schon. Wasser. Eisen. Ja. Das klöpste haben wir mal. Das ist das Wichtigste. Weil dann machen wir das ganz einfach. Wir sagen hier einfach Ender Pump. Äh. Ender Query. Sagen ein Stück. Und kriegen jetzt schon die Rückmeldung. Was uns fehlt. Was ist das nicht? Schreibt. Einer Diaspizze. Einer Diaspizze. Eins. Zwei. Drei. Dann haben wir Sticks. Eigentlich können wir gleich stehen. Nein. Geht nicht. Und wir können keine Sticks mehr. Das geht doch gar nicht. Hier. So. Und so. Eine Diaspizze. Ein Lava-Eimer, ein Bucket of Lava haben wir eigentlich, okay, Quarz, Quarzblöcke haben wir, acht Stück, vier, ja, sollte es hier ausgehen, Ofen haben wir hier unten keinen, äh, hier, zack, brennen die mal schnell durch, haben wir die auch, da wieder rein, was brauchen wir noch, ach so, diese Bücher, das ist klar, The Magic Wood, und, eigentlich müsste der Lava einmal ja passen, naja, das kann ich ja dann noch per Hand machen, so, Enchanted Book, krieg' hab' vor allem, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, und aus, Im Meeralt haben wir nix mehr, ja, das ist natürlich doof, wenn wir da nix mehr haben, wie acht Stück brauch' ich hier, hab' ich da gar nix, oder was, so, Buchschelf, sag' mir nur, dass ich kein Holz habe, ah, Meno, immer dasselbe hier, so, dann, achtmal Bücherregal, sechs, sieben, acht Stück, und dann bauen wir achtmal den Scheiß hier, warum macht er den nicht? Gold und Bücherregal, haben wir kein Gold? doch, haben wir ja auch, dann haben wir Bock, so, so, so und so, und so, ach, da bekommen wir siebzehn raus, achso, das ist, ich glaub' ja, abhängig von dem, was man hier reinpackt, gell, Tb5, ja, bis fünf, da kriegt man dreißig, achso, nee, das war was anderes, passt schon, das, machen wir gleich mehrere davon, so, du brauchst jetzt noch, was brauchst du hier, naja, jetzt gucken wir mal, was uns noch fehlt, und fehlen noch unten die zwei, Ender Thermic Pump, da fehlt uns jetzt noch, in der Mitte, das Eye of Ender zweimal, hab ich ein Geistrezept drin gehabt, keine Ahnung, ob es akzeptiert, rechts unten fehlt ein, Ender Infused, so, jetzt fehlt noch, Lava Bucket, ah, okay, das ist wieder, falsche Lava, einmal, so, die ID stimmt, durch den Malwaren, keine Ahnung, so, jetzt aber, einmal, und es fehlt noch sowas, ah, okay, das geht so nicht, so, und, was war noch, Iron, Spitzhocke, so, zack, Ender Querve, zack, fertig, ist der Luck hier, dann haben wir das mal geschafft, so, da sind wir eh schon richtig, dann brauchen wir sowas noch, da brauchen wir jetzt einmal, Oct, Oct, aha, okay, das heißt, den Kack habe ich noch nicht automatisiert, anscheinend, fangen wir da an, Gold, das ist halt leider nicht so einfach, wie bei den anderen, sagen wir mal, wo ich spiele, das ist alles ein bisschen einfach, so, dann zwei, hier, zwei, zwei, eins, zwei, drei, vier mal das, dann, haben wir hier nix mehr, hm, Sekt, die wir haben auch brauchen, so, einmal Sekt, dann brauchen wir, nicht das, der, genaue, der, den, Maschine, brauchen wir auch nicht, wir brauchen, mh, was ist das, weil es kein Mensch, äh, extra dort hat sich einmal der klein verabschiedt keine ahnung warum auch muss auch mal passieren wir haben gesagt zeigt mir ich glaube das liegt weil ich ich eingegeben habe das darf ich glaube nicht ende ach so wir brauchen dann noch das war mal noch klar ist mehr da da kann muss gleich zwei machen dann haben wir ich eigentlich alles wichtigste was wir brauchen wobei eigentlich haben das ja warum wir wirklich so viel wir haben ja hier irgendwo das ganze stehen wir können ja hier die ganzen alle anfordern ich habe die sechmel ja stellen wir mal hängt nach den hier hin und den hier hin dann können wir hier doppelt und dreifach machen dann gehen wir mal gucken wir brauchen jetzt wir heißen mal alle anderen namen in der querbe wir wollten bauen folgendermaßen ich muss mal gucken wird das geist nach das teil dafür haben wir ein dingsbombs metallbomber mal vier stück das haben wir dann brauchen wir auch noch diese tipp deswegen vier stück klar logisch und elektrisch die elektrik das kann man ja selbst man ist heißen kohle silikon und heißen kohle also die kummer auch bauen dann können wir uns das selbst bei hand machen deswegen habe ich hier noch mehr öfene gestellt zack 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 schmelzen wir das gleich hier durch das war redstone gold glowstone redstone gold glowstone gold glowstone glowstone haben wir nicht mehr viel weil wir auch kein da müssen wir jetzt ich glaube alternative ergreifen und hier in unserer superfabrik hier so glaubt das geht oder klo stein kann man raus okay ja immerhin etwas genau hier ist unsere super duper stromversorgung das funktioniert ja so weit alles gell ja hier wird natürlich die leider ein bisschen weniger das ist ja die ist der ja nicht verbunden oder was achso genau das ist der notstrom gewesen so dass er hier die erste line die was hier nach oben geht hier schade dass ich in diesem modpack ja kein grächtig drin habe das habe ich in anderen modpack das gefällt mir relativ gut grächtig so hier möchte man ein bisschen was an rohstoffen 12k 1k was nur noch 80 für uns das war hier noch hoch da haben wir noch relativ viel egal so hier haben wir die ganzen anderen dinger da so wie schaut hier aus der fertig oder wie ist man das verstehe da ich musste auch noch holen hier hinten dann kommt man mal was wir jetzt noch brauchen und erst noch die roten so dann brauchen wir noch die hellen da 1 2 3 4 glaube ich oder ja so gut so und dafür dann auch einiges oder nicht doof so ist jetzt ist Kohl und Elektrik Stil Elektrik also das produzieren wir jetzt nach kann man jetzt auch mal ja auch noch ein bisschen reintun und cool das brauchen wir auch noch zack wird weniger und die müsste gleich mehr werden seit ja hinten und seit durch unsere schnelle Anlage laufen genau hier sehen was wird ja gleich ratzfatz gemacht ja äh du solltest schon gearbeitet haben genau du arbeitest noch ja irgendwie ist damit meine maus bin ich gerade so zufrieden gerade ist aber da will ja wir haben Elektrik da wäre gut wenn da schon was da wäre einen haben wir schon einen zweiten wäre noch gut bitte sonst gehen wir halt den erholen da wird ja schon einer fertig sein genau denn wir brauchen eigentlich mehr davon oder ja ja logischerweise brauchen wir mehr davon wir brauchen ja vier ah zwei hiervon einmal äh alle alle aber wir brauchen ja zwei von den Dingen hier wenn die Scheißölf nur ein bisschen schneller machen würden wir einfach ja so so dann haben wir ja auch noch ein bisschen rein zack haben wir hier mehr öfen am brutzeln äh so dann haben wir zwei da haben wir noch diese basic da brauchen wir wieder vier stück drei stück eins zwei drei wir brauchen hier von wieder 212 das passt und dann diese hier da ist die frage haben wir da alles 1 2 ja hammer und das hier hier fehlt fieber fieber auch mal von meine zahl x das haben wir hier oben du beendest den du hier raus zu der ist nahe du raus du raus du produzierst hier gefälligst mal dieses komische fipp glas things bumps zeugs da so dass wir das kass weg das weg in der kreis passt seit mit 40 kohle brauche ich auch nicht mehr was ich brauche sind zäune da macht noch mal ein paar und du hier macht dieses noch was brauchst du noch so lange das muss ja schneller gehen 1 na egal dann gehen wir mal die körde aufstellen damit ich euch die auch mal zeige aber das machen wir in der nächsten folge dann damit schon viel spaß bis zur nächsten bis dann